Hallo Leute, ich spiele jetzt weiter den Fußballmanager 21. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 So, ich bedanke mich für's Zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr ein Like oder ein Abo da lasst und ein Kommentar. Das wäre es sehr nett von euch. würde ich mich sehr freuen vielen dank fürs zuschauen bis bald